Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine No-Budget-Batterie für euch im Test und zwar die Bloom von Pyromax. Eine kleine Batterie. Wir haben hier unten so einen Papp-Standfuß zum Ausklappen. Neun-Schuss-Batterie, 25 Meter Höhe, 20 Millimeter Kaliber. NAM liegt bei 58,5 Gramm, also durchaus ganz okay für neun Schuss, sag ich mal. Ja, ich bin gespannt, was das Ding so kann. Pyromax hat ja durchaus für ordentlich Qualität gesorgt im deutschen Markt und ich bin gespannt, was dieses kleine Teil so kann. Preis finde ich natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und dann geht jetzt los mit dem Test. Der Bloom von Pyromax. Bloom von Pyromax. Sehr, sehr geil. Zum Schluss nochmal zwei Stück quasi fast auf Schlag. Doch, hat mir sehr gut gefallen. Echt schöne kleine Batterie für wenig Geld. Preis findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut Pyros. Schuss. Tschüss. Schuss. 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 Bis zum nächsten Mal.